Als ich von der fremden Industrie zur Versicherungsindustrie kam, habe ich mich vor allem mit internen Ausbildungen und autodidaktisch weitergebildet. Jetzt mit den Herausforderungen in die Digitalisierung habe ich auf einmal gemerkt, das reicht nicht. Ich brauche einfach nur Inputs von extern. Ich habe dann angefangen extern zu gehen, an Fachtagungen und an Treffen mit Leuten mit ähnlichen Interessen und habe dann gemerkt, dass der Austausch enorm wertvoll ist. Und dort habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ich möchte unbedingt eine Weiterbildung machen. Durch die spezifischen externen Ausbildungen musste ich mich viel intensiver mit den Themen auseinandersetzen. Und vor allem der Austausch mit anderen Personen und das intensive Bearbeiten von diesen Themen und das gewonnen Netzwerk hat mir den Horizont enorm erweitert.